Da war es klappt. Gobbler, komm her Gobbler. Von Futurama, der Gibbler. Die da ja den Namen geklaut haben. Öffne dich, Tür. Ich besiege die Gegner, die sich in der nächsten Höhle aufhalten. Was ist das denn? Wird das jetzt immer schwerer oder was? Da nicht. Da aber. Was ist das denn für ein Move? Aua. Da musst du ja zuschlagen. Der hat mir so seinen Rücken gezeigt. Gobbler, weg mit dir. Oh mein Gott. Nicht umgeschmissen, verdammt. Trink doch mal was. Ja, hat er. Ein Royal Hullerum. Ja. Ein Lauf runter und er stech ihn doch. Oh Mann, oh. Ist mir so da hängen geblieben. Ja. Tschüss. Geil, hat sich ja richtig gelohnt. Er hatte so gut, also er hatte gar keine AP mehr. Und dann sticht er rein. Toll. Komm, Kipp um. Boah, sauber. Hier. Er hat fast wieder in deine Hose gegangen. Bleib doch mal stehen. Endlich, endlich mal getroffen. Level up. Ding. 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 Und ein roter Punkt ist hier noch. Wo ist es? Nicht hier unten, wahrscheinlich dort oben. Ach ja, genau. Hier oben. Sauber. Da. Ah, schade. Den hätte ich ja umschlagen können, aber es ging nicht. Ey, der letzte Schlag. Suche nach der Hauptkammer. Werde ich tun. Nein. Yo, sauber. Das Gute ist, hier gibt es wieder Unmengen an Waffen bei so vielen Gegnern. Dann kann ich gleich wieder voll upgraden. Jetzt war fix nach unten durch die Tür ins nächste Gebiet. Zu der sogenannten Hauptkammer. Da muss ja dann der Helm liegen. Und nochmal schweichern, weil es so schön war. Da will jemand her, dann. Töte die Helfer des Anführers. Oh mein Gott. Jetzt wird zerhackt. Penis. Schon lange nicht mehr gesagt. Was ist los hier? Oh nein, der Anführer. Richtiger Pult, der sich da sammelt. Nein, es kippt um. Und es hat geklappt. Oh, raus aus der Menge. Raus aus der Menge. Geil, die hauen sich selber. Hört auf, euch selbst zu schlagen. Und der nächste Blatt. Jo. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt rennt dieser vollkackte Gobbler wieder weg. Das ist noch ein Gobbler. Ach, unsterbliche Aura des Anführers aufgelöst. Ah, das war der Sinn. Der Rudelsführer. Oh, das wäre geil. Nein, schade. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt umschuppen. Tritt in den Arsch. Geht leider nicht bei dem Anführer. Und richtig krasser Gegner ist das. Oh, da ist er. Der Helm. Das Artefakthelm. Ein Gluthelm. Wie ist denn mal ein geiler Name? Hä? Nein. Oh, nee. Was hat er denn jetzt gemacht? Nochmal reinrennen. Oder habe ich den Gluthelm schon geprägt? Ich muss da nochmal schauen. Ich dachte, der Helm wäre da irgendwo aufgetaucht. Aber das war wohl nicht der Fall. Eigentlich ist nur der Teleporter da angegangen. Ich war doch noch gar nicht fertig mit Looten und dergleichen. Oder war ich... Ne, siehste. Und dergleichen aus den Leichen. Profi-Schloss. Und wehe, der Gluthelm kann nix. Eisenhut? Da, boah. Gluthelm. Verleiht permanente Lichtwirkung. Mal gucken. Jetzt kann ich den wieder... Ent... Edelstein? Nein. Und den dann aufbohren, den anderen. Nachdem ich hier wieder alles zerlegt habe. Also, den Helm weg. Oh, da ist mal eine Waffe bei, die einen Edelstein drin hat. Aber bis ich da bin... Ach, jetzt. Was kann die denn? Elementar-Resistenz plus eins. Ma, noch mehr und noch mehr. Und die letzte, was ist denn da drin? Oh mein Gott. Egal. Jetzt habe ich es auf jeden Fall. Schmieden ab... Kann ich das outen? Ne, kann ich doch gar nicht. Kann ich doch gar nicht beschmieden, Mann. Schmieden. Dann wird das halt dauern, glaube ich. Vor allem, dass man immer warten muss, bis diese tolle Animation hier weg ist. Und noch mehr. Na doch, er weht, glaube ich, langsam besser. Oh nein, kein Eisenbär. Durchhaltvermögen. Elementar-Resistenz. Willensstärke. Schadenskristall... Boah, Schadenskristall. 75. Demnach kommt... Der hier raus. Und der kommt da rein. Ding, 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 ding. Nein, ne? Ich renne jetzt mal mit so einer Kugel über meiner Birne rum. Toll, und den anderen Helm habe ich zerlegt. Das ist ja toll. Freut mich jetzt. Aber zumindest ist es schön hell. Warte mal. Ein neuer Tag, eine neue Quest. Nadel im Heuhaufen. Jetzt mache ich erstmal... Ach, den Schaman Tornak. Ich gehe jetzt erstmal zum Archiv, oder? Da ich jetzt so einigermaßen weiß, was ich hier machen muss, deswegen konnte ich gerade auch noch nicht reingehen. Weil der das hier eigentlich noch gar nicht wusste. Zu Hause ist gemütlicher. Kommt drauf an, wo man wohnt. Stimmt, das hat böse Tor. Da habe ich nochmal zu. Ach ja, und da ist ein Mond drauf. Und der sagt ja, Mond, das ist eine Falle. Das habe ich schon mal selber rausgefunden. Und da ist eine Sonne. Ah. Was soll ich machen? Bricht die drei Teile der Karten? Na warte, da war doch die grüne, ne? Bricht die Karte in drei Teile. So war das. So, und jetzt geht da los. Hier kommt die rote rein. Rote. Oh, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Was war hier für eine Farbe? Die grüne. Zumindest nehmen die einen Datten nicht mehr ab. Muss man schon ein bisschen dann gucken. Und die letzte, die gelbe. Und die letzte, die gelbe. war das, was war das, was war das, das war das, was war das, was war das, das war. Man, ich bin ja, ich bin ja. Vielen Dank.